Testung wird gelassen. Ich muss die Brillen, die die Kontaktlinsen wieder weitergehen. Die Kontaktlinsen sind am 8,0 und deswegen wird aber keiner mehr da zu sein. Wir haben auch schon 19.07 Uhr. Also heute wird das nichts mit den Kontaktlinsen. Die Rückgabe. Guten Tag. Das Rettler halt. Besuchen, ob die Tür auf ist. Die haben gemessen 8,0. Geliefert wurde 8,5. Ohne natürlich, ohne die ganzen Krümmungen. Ist nicht stimmt. Wäre nicht stimmt, wäre es auf die Schnelle gewesen wäre. Ich weiß, dass es länger dauert, wenn die Kontaktlinsen eine bestimmte Krümmung haben müssen. Eine gewisse Beschaffung halt. Ja, wie auch immer. Ich habe heute keine 55 Euro, weil ich könnte die Kontaktlinsen zurückgeben. Ja, gut, ich war aber zu spät heute. Guten Tag, meine Herren. Antiverbe. 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 Ant Kontakt mit dem Test tun. Ja gut, wenn ich die morgen vorbei bringe, wenn ich die morgen aufhabe, dann habe ich Geld fürs Wochenende. Ja gut, dafür werde ich einfach dem Pfand abgeben. Ich habe noch ein paar Euro für die Nacht. Für den Tag. Ich könnte vielleicht was essen heute. Schönen Tag noch. Tschüss, hab euch lieb.